Es gibt Menschen in der Mönchengladbach, die das Gedankengut Inklusion schon lange verinnerlicht haben und auch praktizieren. Und zwar schon lange bevor es den Begriff Inklusion oder UN-Behindertenrechtskonvention gab. Die Rede ist bezeichnenderweise von zwei Pädagogen, die sich schon Ende des 1980er Jahren aufgemacht haben, Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam zu unterrichten. Ein ganz wesentlicher Baustein von Inklusion. Insider wissen, wenn ich meine, nicht Insider, werden Sie sich spätestens dann erinnern, wenn ich auch auf die Stellenanzeige für eine NRW-Schulministerin verweise. Ja, es sind Jacques Onkelbach und Werner Blob von der Hauptschule Kirschhecke in Rundkirch. Beide zeichnen aus, dass sie nicht in die Öffentlichkeit bringen. Wenner hatten sie mit dieser couragierten Aktion, das im Dezember 2009 bis in die Frankfurter Allgemeine gesagt hat. Dass dieser Vorstoß zu einem Disziplinarverfahren führte, hat gezeigt, dass manche Politiker und Schulverwalter zwischen Wirklichkeit und Satire einfach nicht unterscheiden können. Oder aber auch nicht wollen. Natürlich waren die damaligen Vorgänge nicht Grund dafür, dass wir diesen Inklusionspreis heute angegibt haben. Es ist die Courage im Sinne von Beherztheit und Schneid, mit der Herr Onkelbach und Herr Bloch Dinge angegangen sind und immer noch angehen. Und das schon seit ca. 30 Jahren. So lange kennen die beiden mich schon. Und Jacques Onkelbach war es, der zunächst vor mehr als 20 Jahren den Ehrgeiz, aber auch den Schneid hatte, als gestandener Hauptschullehrer auch einmal, auch noch einmal muss man sagen, Sozialpädagogik nachzustudieren. In dieser Phase entstand bei Jacques Onkelbach die Idee, um nicht zu sagen, die Vision, diese Schule mit der Hauptschule, mit seiner ehemaligen Hauptschule an der Kirschhecke zu verbinden, mit ihr, die beiden zu vertriften. Seinerzeit gab es erste offizielle Versuche zur sogenannten integrativen Förderung in den Grundschulen, mehr aber auch nicht. In einer gewissen Grauzone begann die beiden, begann eine Förderung durch die beiden von Kindern der Schule der Wiedermannstraße in der Schule, oder in die Schule Kirschhecke. Damals war schon Herr Lachlob Hauptschullehrer an der Kirschhecke. Und das Besondere, und das zeigt auch wiederum Inklusion, zum damaligen Zeitpunkt fast sogar mal emotionär, war, dass Förderschüler zu Hauptschülern geholfen. Das heißt, diese Einbahnstraße, die wir ja nun alle in irgendeiner Form, die sich mit dem Thema befassen, bemängeln, gab es an der Stelle für diese Thema nicht. Auch keine Unterstützung von oben, eher eine Duldung. Und hat es schon damals eine diplomatische Unterstützung und Begleitung, hätte es eine solche Unterstützung gegeben, wären wir vielleicht hier in Münchenlandpark bei der gemeinsamen Beschulung von Menschen, von Kindern mit und ohne Behinderung, eine furchtbar schreckliche Hochschulung, schon wesentlich früher gegeben. Nun möchte ich an dieser Stelle nicht über zieldifferente und zielreiche Schulungen reden, Beschulungen reden. Viel wichtiger ist nämlich, mit Blick auf die heutige Verleihung, dass es nach und nach, sagen wir, Transfers gegeben hat, und Pendeln von Leeren zwischen diesen drei Schulen, also in der Grauzone, denen gehörten ja anderen Dienstherren auch an. Aber es gab auch ein Pendeln der Schüler untereinander. Und das, besonders an dieser ganzen Vorgehensweise, dass die beiden es geschafft haben, Berührungsdienste abzubauen. In einem Gespräch sagten die beiden mir, da haben die Hauptschüler gemerkt, dass es in der Trauerschule keine Monster gibt. Weil das ist ein Vorurteil, was auch aus meiner Schulzeit, wenn ich da muss ein paar Jahre zurück, ich noch in der Rede auch. Das heißt, diese beiden, bislang getrennt, arbeiten in Schulen, arbeiten nunmehr zusammen. Und der Weg war der Wichtige, wie auch jetzt die Gesetzgebungsphasen, die wir erleben, und hoffentlich auch bald zu einem vernünftigen Ergebnis kommen sehen, zeigen. Gemeinsames Lernen steht da noch aus der Stadt. Ende der 90er Jahre wechselte dann Klack-Konkenbach von der Wiedemannstraße zur Hauptschule in Kirschhecke, wurde dort Schulleiter und konnte die Idee, seine Vision, er wollte es so nicht wollen, dass ich es sage, aber es ist nun mal in gewisser Hinsicht eine weitgehende Überlegung schon gewesen, konnten sie dieses Ziel des gemeinsamen Lernens auch unmittelbar umsetzen und das ist heute Normalität. Wenn sie heute in diese Schule hineingehen, dann wird es ihnen nicht möglich sein, Kinder der ehemaligen Förderschule Wiedemannstraße zu unterscheiden von Kindern der Hauptschule Kirschhecke. Das ist ein Verdienst, was es, denke ich mal, dieser unbedingt zu würdigen gilt und besonders akut zu heben an dieser Stelle ist, dass die beiden das für die geschafft haben, auch die Eltern mitzuhören. Das war die Eltern beider Schulsystem. Schule, Unterricht von Menschen und Kindern mit und ohne Behinderung ist in der Kirschhecke Standard. Meine Damen und Herren, die besondere Leistung der beiden heutigen Kreisträger gilt auch, dass sie über die Grenzen der Schule hinaus, also über ihr eigenes Wirkensfeld hinaus, versuchen, diese Idee des gemeinsamen Lernens im Kollegium in andere Schulen hineinzufragen und da Sensibilisierung herbeizuführen und das erfordert Ausdauer, Herbstheit und ja, an sich in gewisser Weise auch Mut, Mut nämlich an der Stelle auch anders zu haben. Vielleicht kommt es ja doch noch zu einer Realisierung ihres aktuellen Vorschlages, nämlich aufgrund ihrer Erfahrungen die derzeitige Hauptschule Kirschhecke zu einer inklusiven Gesamtschule zu machen. Das wäre die siebte hier in der Stadt, aber die erste mit dem Prädikat inklusiv. Und in diesem Sinne bitte ich Sie beide zu mir zu kommen, damit ich Ihnen den Preis verhalte. Applaus Was die beiden nicht wussten oder noch nicht wissen, jetzt aber erfahren, ist, dass der Preis mit 200 Euro dotiert und es bleibt den beiden überlassen, es einem gemeinnützigen Zweck zu spenden, weiterzugeben und ja, das noch oben auch. herzlichen Dank. Lieber Herr Rilz, meine Damen und Herren, wir bedanken uns ganz, ganz herzlich für die Verleihung des ersten Inklusionspreises des VWK in der Schindertbach. Wir können diesen Preis eigentlich nur annehmen, weil wir ihn im Namen der Schulgekannten annehmen. Denn verantwortlich für das Zuhun an der Kirchecke sind nicht wir beide, sondern wir haben ein Heer von Mitarbeitern, dass Inklusion lebt, dass Schule aktiv lebt und denen diesen Personenkreis gehört eigentlich der Preis zugesprochen. Darüber hinaus auch den Eltern, die vor ungefähr zwölf Jahren aktiv mit uns dazu beigetragen haben, dass sich integrative Förderung und lernzilliferente Förderung, das ist der entscheidende Unterschiedsschieb, zu dem das vorher gewesen ist, in Mönchengladbach überhaupt anstoßen. Mönchengladbach Unsere Situation ist zurzeit die, dass wir ungefähr 430 Schüler haben, von diesen 430 Schülern haben 60 Kinder, rund 60 Kinder, besondere Beeinträchtigungen im Leben und Lernen. Und in unserer Schule werden all diese Kinder nicht in Spezialgruppen fördert, wie das in vielen anderen Anstalten der Fall ist, sondern sie werden integrativ in allen Klassen gefördert. Jede unserer Klasse ist eine integrative Lerngruppe. Und so sollte es eigentlich in Schulen auch sein. Was bedauerlich ist, dass die Kinder, integativen Lerngruppen angehören, in Mönchengladbach immer noch durch die ganze Stadt weisen müssen. Und weil nicht allzu viele Schulen im S1 und S2 Bereich sich bisher dieses Thema geöffnet haben. Und da liegt eigentlich auch die Herausforderung für alle politisch Verantwortlichen und die Verantwortlichen in der Verwaltung schnellstmöglich dazu beizutragen, dass es in naher Zukunft ein flächendeckendes wohnortnahes Angebot für alle Kinder mit Beeinträchtigungen im Leben und Lernen gibt. Sodass jeder, auch jeder, der ein Handicap hat, mit seinen Schulennachbarn, mit seinen Wohnnachbarn, vor Ort gefördert werden kann. Lassen Sie mich zum Abschluss noch kurz eine Geschichte erzählen. Ich würde Ihnen gerne mal kurz Philipp vorstellen. Philipp kam vor ungefähr zehn Jahren an die Kirschhecke. Er war bis dadurch Schüler an der Schule für Geistig Behinderte, hatte also offiziell das Etikett Du bist Geistig Behindert. Daneben war Philipp schwerstkörper behindert, er kann also Treppen nur in Begleiter steigen und er war noch Stotterer und Polterer. Philipps Eltern haben den Versuch genommen Philipp aus dem Sonderschulkapitel herauszulösen, ihn irgendwo in einer Regelschule anzulegen. Weil sie sehr, sehr beharrlich waren, ist es den Eltern nach langer Zeit gelungen, Schulaussicht zumindest so weit zu bringen, dass sie sagte, wenn hier eine Schule Philipp, die Philipp aufnimmt, die ihn integrativ fördern möchte, dann bewilligen wir das. Wir hatten damals nicht das Zertifikat auch geistig behinderte Kinder zu fördern. Wir haben das dann gemacht, haben Philipp aufgenommen. Und das Spannende ist jetzt Philipps Entwicklung. Philipp im achten Schuljahr interviewt im Rahmen einer Qualitätsanalyse sagte, als Sprecher der Schülerschaft, es ist mir gelungen, das Stoptern zu meinem Freund zu machen. Und deshalb kann ich jetzt hier vor Ihnen reden. Philipp konnte im neunten Jahrgang komplett aus der Sonderpädagogischen Förderung entlassen werden und war als Zehnklässler in der Lage, die Abschlussrede seines Jahrgangs bei der Schulentlassung zu halten. Soviel zur Entwicklung von Kindern, die mit Etiketten versehen wurden, dann aber mal die Gelegenheit hatten, sich ganz normal unter anderem zu entfalten. Natürlich gefördert, auch durch Sonderpädagogen und Fachleute gefördert. Aber um das zu realisieren, meine Damen und Herren, brauchen wir keine separaten Anstalten. Kinder lernen am besten voneinander und, das wissen alle ganz genau, Vielfalt fördert und fort. Danke Ihnen. Besser kann man es an sich nicht erklären, und eine bessere Begründung für den Preis heute, hätte ich gar nicht liefern können. Philipp war mir nicht bekannt. Dankeschön. Zwischenzeit gibt es natürlich nicht mehr nur Philipp. Wir haben jetzt näher wie sie alle heißen. Nicht jedes dieser Kinder können zum Sekundär nach geführt werden. Aber alle profitieren davon. Unter anderem zu . Das ist nicht wichtig. Ich bin nicht das war. Ich bin Vielen Dank.